hey mit dem video hier ist naspilante afg ich zeige euch wie ihr den kostenlosen vulkan paket also den fortnett kostenlos bekommen könnt für 0 euro also also wir hat auf android oder halt bekommen könnt ihr ladet euch diesen nvidia gefordert welchen link in der beschreibung verlinken so wenn es euch dann geladen ist dann müsst ihr als erstes euch auf diese website reingehen also dieses website auf google drauf und dann geht ihr auf google und schreibt ihr dann dieses ding dann schreibt ihr dann dann schreibt ihr dort dann schreibt die das da drauf also nvidia gefordert nao mitgliedschaft und so dann geht ihr halt das obere und dann gleich dann kurz geladen und so dies und das und dann geht ihr dann auf das geladen gibt ihr auf eurem da oben diesen profil dann geht hier auf anmelden für 0 euro monat also dann wird zur kasse kommen also wird euch dann zur kasse gehen und ihr müsst euch dann hier anmelden auf diese website so ihr möchtet euch diesen website euch gezeigt haben und versuchen anzumenden und dann halt hier anzumelden ist ganz einfach wenn ihr euch hier angemeldet bei euch dann wird angezeigt so wenn ihr es geschafft habt dann wird bei euch dann im grün geschrieben geschafft wenn ihr es gemacht habt dann geht ihr auf diesen website der browser ist halt so kriegt ihr auf das da runtergeladen habt dann geht ihr da drauf also ganz normal simpel wir haben hier einfach einen namen angezeigt dann geht ihr auf verwenden sie ein anderes konto bei melden sich ein dann wählt ihr einfach einen account ein und dann geht ihr auf das ich nehme einfach das obere person halt und dann geht das halt lädt das hat und dann wird bei mir dann immer angezeigt so dass du das du halt da drinnen bist also bei mir wenn ich halt eingeloggt bin wird bei mir angezeigt dass ich jetzt drinnen bin also das bei mir funktioniert hat und so leute wenn es funktioniert hat dann muss die halt nur noch auf vorteile darauf drücken und dann müsste man kurz einfach nur ganz kurz nur halt ein bisschen kurz ganz das geht sehr schnell aktualisieren und so und danach wird dann halt funktionieren dann muss ihr halt nur dem paket kaufen und dann habt ihr das was eigentlich schon cool ist